willkommen zu einer neuen folge pokémon go und eben habe ich gesehen in der telegramm gruppe von go games gab es zwei neue meldungen zwei sehr interessante meldungen wie ich finde und da diese gruppe ja nur so rund 2000 mitglieder hat die also mitglieder die dem kanal folgen vielleicht gucken mehrere sich auch die beiträge an in diversen anderen gruppen auf facebook oder verfolgen direkt die seite aber andere gruppen haben da immer so 30.000 irgendwas die sind bei telegram jetzt nicht so stark ich möchte aber trotzdem dafür mal ein bisschen werbung machen go games hier der max beckmann gibt sich da eigentlich immer mühe macht eigentlich ganz interessante artikel manchmal mehr gut manchmal ein bisschen muss man aufpassen hier steht ja zum beispiel auch mysteriöses pokémon für go fest 2020 bestätigt okay es ist bestätigt dass eins kommt ja aber nicht falsch verstehen es ist nicht bestätigt welches kommt deshalb habt ihr hier auch die ganzen fragezeichen auf diesem teaser bild das ist auf jeden fall ein richtig geniales thema denn ich habe überhaupt keine ahnung welche mysteriösen pokémon es überhaupt noch gibt was kommen könnte außer dem meerschweinchen was jetzt immerzu als gerücht rum geht das wollen wir uns gleich mal angucken und das zweite die level erhöhung wurde auch bestätigt es wird also level 50 kommen ob es jetzt zum go fest schon kommt wissen wir nicht aber es ist bestätigt dass es eine level 50 erhöhung geben wird für alle die gesagt haben warum sammelt man weiter erfahrungspunkte ist doch quatsch level 40 war es doch es war eigentlich abzusehen wenn die erfahrungspunkte weiter zählen das sind nicht einfach nur so penis vergleiche irgendwann wird sich das schon bewähren wenn man trotzdem aktiv weiter da ein bisschen auf die punkte geachtet hat die level erhöhung wird aber auch in diesem artikel noch mal erwähnen deswegen wollen wir uns den erstmal zusammen angucken mysteriöse pokémon beim go fest seit 2018 ist es tradition dass neue mysteriöse pokémon zuerst beim pokémon go fest eingeführt werden und anschließend dann für alle anderen spiele in einer globalen spezialforschung freigeschalten werden jetzt haben wir hier selebi genau im jahr 2018 wurde beim go fest chicago das mysteriöse pokémon selebi veröffentlicht hat hoffentlich jeder welches erst mehrere wochen später weltweit freigeschalten wurde 2019 wurde jirachi zunächst beim go fest in chicago später dann beim go fest in dortmund und yokohama den dortigen spielern veröffentlicht ein paar wochen später dann wieder weltweit ich kenne immer noch leute die haben jetzt erst vor einer woche oder so ihr jirachi abgeholt dazu ihr seht wenn ihr die einmal angefangen habt diese spezialforschung habt ihr eigentlich unendlich zeit das wird mit den jetzigen auch wieder sein vom go fest ihr müsst ihn nicht in den zwei tagen machen aber es ist auf jeden fall tradition dass es immer ein mysteriöses pokémon gibt nach dem go fest 2019 und vor dem ausbruch des corona virus bestand daher kaum ein zweifel daran dass es auch beim nächsten go fest wieder ein mysteriöses pokémon geben würde da das go fest 2020 jedoch nicht wie geplant in einem bestimmten ort stattfindet sondern virtuell von zu hause aus kam häufig die frage ob es dieses jahr überhaupt ein mysteriöses pokémon geben wird was nicht selbstverständlich ist weil bisher war es ja auch immer tradition dass es kontinentale gab aber selbst auf die kontinentalen pokémon wird ja dieses mal verzichtet beim go fest aber das mysteriöse scheint wohl bestätigt worden zu sein bei einem interview zwischen ayantik und euro gamer konnten die mitarbeiter von ayantik bestätigen dass es auch bei diesem go fest ein mysteriöses pokémon zu fangen geben wird im gleichen interview wurde ebenfalls bestätigt dass die gerüchte einer level erhöhung in pokémon go wahnsinn also wunderbar da haben wir das auch gleich noch dazu so sie wissen also dass eines kommt sie wissen aber nicht welches jetzt zeigen sie hier ein bisschen auf welche mysteriösen pokémon kommen könnten wir haben hier fione und mannafie mannafie ist ein pokémon vom typ wasser welches wie fast alle mysteriösen pokémon über offizielle events der pokémon company verteilt wurde ursprünglich konnte man jedoch in den pokémon rangers spielen spin-offs der hauptserie ein mannafie erhalten welches man auf die diamant oder perl edition übertragen konnte um dort das mannafie auszubrüten also so vom stil her erinnert das schon ein bisschen den restlichen schnickschnack den man hier immer so bekommen konnte und es sind ja theoretisch zwei tage zwei forschungen würde eigentlich passen wenn das so ein duo rauskommt fione ist ebenfalls ein pokémon des typ wassers welches durch zucht mit mannafie entsteht knick knack wer also in den hauptspielen ein mannafie gemeinsam mit einem tito in der pension abgibt erhält ein weiteres spezielles ei aus dem ein fione schlüpft das wisst ihr natürlich schon alles weil ihr die spiele ja alle gezockt habt nicht so wie ich obwohl fione also scheinbar die baby form von mannafie ist kann es sich nicht zu mannafie entwickeln okay sind die jetzt stark sind die nicht stark was macht man damit keine ahnung das wäre auf jeden fall irgendwo logisch weil das zwei teile sind und es zwei tage sind und zwei forschungen aber hier steht arkeos in der ersten generation wird mu als urfahrer aller pokémon umschrieben von dem alle pokémon abstammen in der geschichte der spiele diamant und perl wird arkeos jedoch umschrieben als schöpfer des universums und schöpfer von giratina diaga und palkia welche selbst schöpfer von raum und zeit sind arkeos stellt in gewisser weise den gott der pokémon welt da und kann alle 18 typen annehmen das ist aber ein einzelnes das sieht natürlich richtig heftig aus das ist hier kindergarten und das ist dann street fight level das fände ich richtig heftig wenn das kommt aber in der spezialforschung als mysteriöses also es muss ja ein mysteriöses sein sonst wird es ja nicht hier in dieser liste stehen das wäre auf jeden fall heftig aber 18 verschiedene typen da bräuchten sie auch 18 spezialforschungen um das zu realisieren denke ich mal das wäre wünschenswert aber ich glaube damit haben sie andere dinge vor was haben wir noch fiktini wer fickt nicht gerne teenies ne fiktini ist ein pokémon der typen feuer und psycho und ist das erste pokémon im pokedex der einallregion noch vor serpifoi es spielt eine tragende rolle im vierzehnten pokémon film das ist mir noch nicht mal aufgefallen dass vor serpifoi noch was frei ist chef sie haben das all die jahre nicht bemerkt nein habe ich nicht komischerweise sieht das aber so ähnlich aus hm keldeo keldeo ist ein pokémon vom typ kampf und wasser und ist der anführer und ist der anführer von kobaldium terrakium und viridium wie kann das denn bitte der anführer sein ich meine kobaldium und viridium die sind jetzt nicht heftig aber die sehen wenigstens aus wie tiere wie so richtige tiere und terrakium übelst der boss player als tier und dann kommt hier so ein komisches esel einhorn pony total verkitscht und das ist der anführer von diesen drei mächtigen wesen das pokémon universum also es besitzt außerdem eine resolut form bei dem das horn auf seinem kopf zu einer art schwert wird ja 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 eine anlehnung an die drei ritter der redlichkeit die auch als schwerte der gerechtigkeit bekannt sind gut das sieht also das hat von den farben her im stil ähnlichkeit mit dem das sind zwei aber die haben absolut nichts miteinander zu tun wenn das der boss ist von denen dann würde ja hier naja nicht jetzt einfach so raus kommen der hat also mit denen zu tun so wie arceus dann hier mit äh die alga palger geratina so zu tun hat irgendwie also am logischsten wäre bis jetzt immer noch fione und manawi weil das ist auch wieder alleine keine ahnung was sie damit machen das tun sie mal in die fotobomb rein weg damit aber es geht ja noch weiter wir haben ja noch melowetta melowetta ist ein pokémon vom typ normal und psycho in seiner gesangsform ist hier abbildung und normal und kampf was typ normal und psycho in seiner gesangsform achso gesang und tanz man sollte nicht zu spät videos aufnehmen es ist in seiner gesangsform also normal und psycho und in seiner tanz form normal und kampf im pokémon anime hat es eine tragende rolle das wäre natürlich wenn das zwei formen hat tanz und gesang wäre das auch eigentlich bedenkbar dass man das in zwei spezialforschungen raus knüppelt also melowetta und die zwei blauen lusttropfen die hier oben rumvegetieren wäre von dieser liste eigentlich mit am logischsten aber das meerschweinchen ist gar nicht drauf steht aber wahrscheinlich einfach im fazit wir sind nach wie vor der überzeugung dass scheimen das pokémon des go fests 2020 sein wird da mannavi und fione separat wenig interessant sind und nur in kombination sinnvoll sind ja aber das das ist doch kombination wenn die zwei forschungen raushauen und ihr dann beide kriegt die kombinieren das doch irgendwie du kannst ja nicht aus einer forschung direkt beide bekommen bruder max bruder jakob ähm arkeos mit seinen 18 verschiedenen typen ist in unseren augen eher für x-rays geeignet das war schon nervig mit dioxis immer vierteljahr da eine form dann vier formen durch das ganze jahr gedauert aber 18 formen da machst du eine form einen monat dann hast du auch 18 monate oder wie aber wenn du das in ein jahr ne das keine ahnung da wechselt der x-ray ja öfter als meine unterhose also wir rechnen außerdem damit dass nientik die mysteriösen pokémon in der reihenfolge der generationen abarbeitet achso und das shaimin gehört zu kommt nach shirachi ja na gut wenn die das dann ist ja schon alles geklärt warum will man denn soweit ausholen wenn das sowieso das nächste wäre was kommen würde von den generationen dann klingt das eigentlich super also trotzdem von allen sachen die hier sind weiß ich nicht ist alles übelst kitschig außer arkeos der ist übelst heftig natürlich hier dass das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen keldeo das ist so nah das erinnert mich irgendwie trotzdem an gardero oder so ähnlich kirlia gardero alles so ist auf jeden fall alles putzig das ist übelst schrecklich hier guck das schieben einfach weg so weg ist es jetzt habe ich es hier auf dem desktop jetzt muss ich es wieder löschen so und ja dann bin ich doch glaube ich lieber für das meerschweinchen als für alle anderen sachen hier wenn es nicht arkeos wird weil was will man mit dem anderen gelumpe denkt ihr auch das meerschweinchen kommt schreibt es mal in die kommentare wie findet ihr die anderen auf welchen mysteriösen auf welches mysteriöse pokémon freut ihr euch noch kennt ihr die habt ihr die spiele alle gespielt wisst ihr bescheid wisst ihr mehr als ich bestimmt und hier nochmal zur level erhöhung da gab es also schon hinweise brett wo sie immer gesagt haben hier mach weiter bruder du musst ganz viel und suchten und spiel und immer rein cashen dann wurde das im datamine gefunden okay dann gab es ja auch schon diese grafiken wo man so dachte okay da sind die belohnungen schon bekannt gegeben worden es gab ja auch mal eine liste oder eine tabelle wo selbst die erfahrungspunkte dastanden die man bräuchte um dann aufzusteigen bis zu dem und dem und dem level kann natürlich alles spekulation gewesen sein das hier ja ist halt auch eine vermutung oder ist ist datamine also das kann sein das kann nicht ist nicht 100% level 50 sieht auf jeden fall interessant aus wenn der pokemon trainer jetzt level 40 ist und damit die pokemon voll gepusht was ist wenn ich 10 level mehr habe kann ich die pokemon dann auch nochmal 10 level pushen eigentlich 20 level weil ein level hat ja immer zwei push gemacht dann kommt mutue nicht mehr auf 4000 sondern dann auf 10.000 oder wie das bringt eigentlich alles komplett durcheinander und wirft so viele fragen auf und vor allem wer soll das dann noch bezahlen wenn ihr jetzt schon 15 bonbons von also 30 bonbons für das letzte level braucht und dann geht das weiter dann bezahlt ihr für einen push plötzlich 60 60 bonbons 100 bonbons das wird doch auf jeden fall übelst teuer aber die level erhöhung wurde auf jeden fall bestätigt Bruder jetzt tut sich hier mein mikrofon noch selbstständig machen die level erhöhung wurde also bestätigt in dem interview alles ist möglich es ist interessant das negativ ausgerechnet nun nachdem das go fest angekündigt wurde auch die information zur level erhöhung preis gibt zeitlich gerade auch im hinblick auf die datamine wäre es ein geeigneter zeitpunkt um zusätzlich bei spielern neue motivation auszulösen vielleicht fängt hong dann auch wieder an also ich bin gespannt ich bin glaube ich gut gerüstet ich bin jetzt bei 230 millionen 20 millionen waren ja level 40 da dürfte mindestens level 41 drin sein nach der erhöhung wie viele erfahrungspunkte habt ihr grad insgesamt auf euren account das eigentlich interessant für die level 40er weil level 40 ist ja nicht gleich level 40 habt ihr auch die 100 millionen erreicht habt ihr die 200 millionen erreicht sind sogar zuschauer dabei die vielleicht die 300 millionen geknackt haben oder noch mehr schreibt mal in die kommentare es bleibt auf jeden fall spannend ich glaube ich hau das jetzt schnell noch raus morgen nämlich dann zekrom in die raids da will ich früh gucken dass ich gleich den ersten mach hier adolf der wahl macht nochmal werbung chill mit ramses livestream immer mondags ab 20 uhr das war es glaube ich auch von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses ab.